Hi, wenn wir irgendwo unterwegs sind, müssen wir Kaninchen schlachten gehen. Boah, scheiß Pflegeheere. Sorry. Warte mal, der kann aber Tweet ja eigentlich herkommen, jetzt ist ihn rausgebuddeln, ne? Genau, geht jetzt, ist ja schön. Braucht halt ein bisschen, aber geht. Dankeschön. Ah, drei Erz, okay. Schick, finde ich gut. Können wir noch die ganzen Schleppen wieder abgrasen, wo wir schon mal waren. Warum muss ich das wieder immer... Alles wieder aufschalten oder freimachen? Verstehe, wer will. Das sind wir noch die Ziegenviecher hier, ne? Okay. Nein, da hin erst mal. Erst mal Tweet. Erst mal hier abmähen, bitte. Genau. Alter, klappt die Arme Ziegen zusammen. Jetzt kannst du es ausbuddeln. Dankeschön. Vor allem, wir können es nicht selber ausbuddeln, das muss ich so vorgemachen. Das ist so eine Logik. Die ganzen Tore sind wir da geschnitten. Das ist irritiert. Warte mal. Ach so, das ist immer... Egal, ich auf den Weg nochmal. Wir gehen da lang. Gerade irritiert gewesen. Egal. Ach, ne. Problem ist, weil er nichts isoliertes hat, kriegt jetzt Damage. Das ist schon scheiße. Das ist so verfickte Respawn. Wo ist denn das Ding? Komm her. Das hasse ich einfach. Respawn einfach immer stärker. Guck mal den Vogel an, Alter. Wie zerfetzt der aus? Der ist ja auch die Mauser. Da, gönn dir. Das ist scheiße. Macht doch keinen Spaß mehr. Schön war es natürlich, wenn er da sich auch heilen würde in so einer Wasserstelle. Hä? Bin ich doof? Und unten war das Ziel. Okay. Okay. Ah, okay. Das war für den Roboter. Okay. Zerlegtes Klump. Ja, ich will die Schöne zurück. Warum könnt ihr drin machen? Ich mach noch kurz eins. Handeln mit dem. Äh, einkaufen. Verkaufen. Weil die Minen braucht man. Die sind deaktiviert. So. Äh, kaufen, kaufen. Monocle bringt uns nix. Zum Ausgraben von Objekten. Isolierender Keramik-Schnabel. Das ist aber ausverkauft. Ist doch scheiße. Was ist denn die ausverkauft? So kacke. Das ist eine VR-Brille von Vogel. Bist du diesen ausverkauft? Sonst wurde ich aber fett aufs Maul. Also, das ist doch Käse. Also, nee. Verstehe ich jetzt nicht. Wir brauchen noch Hasifleisch. Ist auch ganz wichtig. Darum müssen wir kurz ein bisschen sabern. Das sind Pflanzen. Ich brauche mich halt mehr. Ah, die Birnendinger da. Genau. So. Für die nächste Foodstufe. Oh, das soll ich ja geduldig sein, ne? So, dann müssen wir zurück zum Roboter. Dem Roboter-Teile bringen. Laboren, Camps und Outposts. Roboter-Teile haben wir geborgen. Das ist okay. Hm, 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 hm. Zug weg. Es wächst schnell, aber ja. Leicht ungeduldig hier. Jetzt hopp. Da kannst du im Grunde jetzt so eine Stunde verbringen, das Spiel irgendwie ein bisschen nebenher laufen lassen und den Rest abkrabbeln. Weil Material zum zum Vogelbrauch mehr zahlt. Und dann gucken wir mal, was wir rezeptmäßig machen können. Das ist der isolierte Schnabel einfach vergeben. Das ist so zum Heulen. Das ist so zum Heulen. Ich habe verkauft. So, Rezepte. So, das macht die Isolierung. Das ist 50%ige Isolierung. Das ist gut. Das ist gut. Heulenfleisch. Wolfsfleisch. Ah, okay. Weiß von wem. Ja, da kriegt er nicht das Doppelte, wenn wir da mal das Doppelte Eintrig dann. Rezepte. So, nochmal kurz was gucken. Drei Stück davon waren auch 25%. Okay. So, dann gehen wir kurz auch. Ah, okay. Okay. Da haben wir drei. Da haben wir 25. Das sind 50. Da haben wir vier. Isolationsteile haben wir. Gut. Gut ging. Was ist denn da dran? Ging Schrotthauschen. Ja, okay. Gut. Klar. Machen wir. Warum auch nicht. 15%. 1 und 2 und 3. So, dich nach. Dann pfleißen wir gleich wieder was an. und zwar dämmen und zwar dämmen und zwar dann dich dann geht man kurz bis das mit schrott ist ja die frage ob man wenn wir mal ein bisschen die sachen verkaufen ob die sachen freigeschalten werden wir einfach nur mit der zeit kommen kaufen diese verkaufen es ist es okay wir brauchen nur zwei roboter teilen eröffnete sechsmalmal als rücklage zum verursachen von schaden ja gut das ist jetzt er hat uns insolierten schnee behalten der arsch isolieren die schnabels muss auf den schaden haben wir ja 2700 auf würde gehen wir mal zurück und gehen zu mr robo hoffen wir jetzt hier nicht wieder irgendwas spawnt spiel meine fresse das ist das hat immer echt gameplay in die länge wir machen 50 milliarden respawns warum keine ahnung ist es nicht nervig aber einfach folgen die einen immer so psychopaten komischen roboter ich mache dann da kann man jetzt zurück oder frage nur ok ich weiß wie man damals angekommen drop it like it hard drop it like it hard oder 100 hast du fein gemacht ne gepärst meins erst mal kraweln jetzt kann man zu mr robo und geben dem wieder die teile da muss ich mir noch ein zwecker nickel weil ich brauch die 8 schweety alter ich bin enttäuscht muss echt schneller werden brauchst neue flügel oder sowas keine ahnung und hast du meine teile diese habe ich für den begleiter gemacht dankeschön iso schnabel ja geht doch fessig ihn im vogel ok kannst du das mit anfangen ok so eine riesel sind kein damage mehr mein freund ok machst du nicht mehr schaden aber ist egal du hast du mal äh wie soll es uns wieder statt achso ne erstmal los hol mein fehler danke schön sooo warte mal wo müssen wir dann ach wo ist der weg komm mal kurz das kannigel bitte dankeschön war das so ok war nicht ein weg da war er stimmt da lang und dann hä ne durch das Tor durch ne du unten lang warst du unten lang okay gott und hier bis zum anschlag war drüben aber nicht mal irgendwo ne kiste da gönn dir perfekt bring me back ja wer hat das leckere kaninchenfleisch wer hat das hallo hallo nein nicht essen gib her ich mach essen draus und so 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 zeug zum regenerieren und so ne hier noch meine oben wäre nämlich nirgends jetzt noch gewesen ne vergiss das machs da machs knickel nice meine wäre noch so eine kiste vergraben gewesen ich bin auch gerade immer sicher hä das kaninchenfleisch ist kaputt ach das ist jetzt doof ok net zwei sachen auf einmal irritierten vogel das ist ja das ding kaputt hm das kaninchenfleisch blöderweise spezial gegen schmerienkäfer ich glaubs nimmer na klar mal gucken befestigen am vogel ne mitzirr oder wat komm mal her siehts aus gönn dir hä 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 warte mal warte mal was passiert dann uff muss groß haha armes vogel wer wird ein großes vogel da genau los flieg mein kleiner da da ist tot dänke dänke so da müssen wir jetzt weiter dann können wir kurz speichern und dann machen wir jetzt die komische Räder da dänke ja nice ok man stirbt dabei ich wollte es nur mal rausgefunden haben ja vogel vogel ne wenigstens kein schaden das ist wichtig die müssen wir jetzt machen nächste Aufnahme Session dann sehr gerne danke fürs zuschauen fürs mit dabei sein bei falcon age und ja auf fullulululu macht spaß ne ich will fullulululu fullulululu dankeschön bis dahin und wiedersehen tschüss